Hallihallo und herzlich willkommen zurück zur Aussagenlogik. So, dieses Mal zeige ich euch, wie man so eine boolische Funktion auch vernünftig umformen kann, dass man vielleicht von einer recht komplizierten Form auf was möglichst Einfaches kommt. Also ihr könnt euch hier von mir aus, keine Ahnung, drei Variablen vorstellen, die aber dann hier hinten noch ein oder bla bla bla, also ganz am Ende noch oder b und c oder was weiß ich was. Also richtig kompliziert mit diesen drei Variablen, die dürfen ja auch mehrmals vorkommen, also mehr als einmal und deswegen zeige ich euch, wie man dann vielleicht auf so eine kompakte Form hier kommt, für die man rechtzügig so eine Wahrheitstabelle erstellen kann. Genau, also ein paar Regeln kennt ihr auch schon und zwar das erste ist, die doppelte Verneinung von einer Variablen ist die Variable selbst, also nicht A ist A. Dann den Morgen kennt ihr auch schon, die habe ich euch auch schon gezeigt. Und die Assoziativgesetze habe ich euch auch schon gezeigt, nämlich für quasi alles, außer für die Implikation, habe ich letztes Mal gesagt, dass, Moment, ich kopiere das mal, dass B, ja gut, lassen wir das einfach mal bei nicht, B und C ist dasselbe wie, jetzt muss ich das schon wieder kompieren, wie C und B. So, die drei kennt ihr schon, es gibt aber noch mehr und zwar das erste ist folgendes, wenn wir haben A und B, das Ganze geklammert, wobei, ohne Klammern und dann ein oder, das muss ich wieder mal kopieren, oder C. So, das ist ähnlich wie das, was wir hier oben haben. Wenn wir das so haben, A und B oder C, dann können wir uns ja implizit hier so Klammern vorstellen, die habe ich euch schon das letzte Mal erklärt, wie die zustande kommen und dann können wir das Ganze mit dem C ausmultiplizieren sozusagen, wie in der normalen Mathe können wir das ausmultiplizieren und das nennt sich auch Distributivgesetz. So, das bedeutet, wir können hier draus machen, ein, na, ich schreibe vielleicht den nächsten Teil weiter, sonst sieht man das nicht mehr. Ich kopiere aber mal vorher. Na komm, gib mir das alles. ein A oder C und B oder C. Das nennt sich Distributivgesetz. Was wir hier gemacht haben, wir haben dieses C, oder besser gesagt, dieses O oder C, reingezogen in die Klammer und sowohl bei dem A drangehängt, als auch bei dem B, Achtung, hier sind dann diese Klammern tatsächlich nötig, denn A oder C und B, wenn ich die Klammern hier weglassen würde, wäre C und B das Erste, was gemacht werden würde und dann erst würde A oder und dieses oder C hier hinten ausgeführt. Das heißt, hier sind die Klammern tatsächlich wichtig, dass wir die reinziehen. Genau, das nennt sich Distributivgesetz. Funktioniert sogar in die andere Richtung, ist ziemlich erstaunlich, muss ich sagen und ziemlich cool auch irgendwie. Und zwar, wenn wir haben, da kopiere ich das einfach mal, das ist nämlich was sehr, sehr ähnliches, nur dass wir hier diese Zeichen tauschen. So, wenn wir haben, genau andersrum, A oder B, da muss man die Klammern so oder so schreiben, hier oben müsste man theoretisch keine schreiben, A oder B in Klammern und C. Dann können wir das genauso machen wie hier, nur dass wir die Zeichen umdrehen. Sprich, wir haben, so, jetzt muss ich das wieder kopieren. So, und hier kann man dann tatsächlich die Zeichen oder die Klammern weglassen, theoretisch wieder. Dann haben wir A und C, da kann man sich jetzt eine Klammer vorstellen. Also, ich mache jetzt einfach mal die Klammern hin, damit es für euch einfacher ist zum Vorstellen. A und C oder B und C. Das heißt, wir haben hier wieder dieses komplette und C reingezogen, A und C draus gemacht oder B und C. So, wie wir wissen, Assoziativgesetze, wir können hier auch C und A schreiben und hier C und B, beziehungsweise hier können wir schreiben C oder A und wir können hier schreiben C oder B und wir können die ganzen Klammern vertauschen. Das heißt, wir können hier, statt A und C oder B und C zu schreiben, können wir auch schreiben, wobei ich könnte einfach die Buchstaben hier schreiben. Wir können auch schreiben B und C oder A und C. Also, das dürfen wir auch. Das sind diese Assoziativgesetze, äh, ja genau, die Assoziativgesetze, die ich euch hier oben gezeigt hatte. So, dann gibt es noch ein paar andere Regeln, die sind ein bisschen ein, äh, ja, nicht so schwer, sagen wir mal. Die zwei sind die schwersten, finde ich persönlich, weil ich mir die irgendwie schlecht merken kann, weil es irgendwie nicht so intuitiv ist. Ähm, und zwar, wenn wir hier haben, ohne dieses und, und hier ein A. So, wir haben A und A. Naja, gut, das ist irgendwie fast klar, das ist A. Okay? Das ist das Erste. Und wenn wir das Ganze mit dem Oder haben, äh, dazu kopiere ich hier mal was raus. Wenn wir A oder A haben, dann ist es auch gleich A. Könnt ihr euch gerne eine Wahrheitstabelle dazu aufmalen, das dürfte aber auch fast schon irgendwie klar sein. So, und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen weitergehen und sagen, ähm, ich schreibe statt dem A eine Null, beziehungsweise, ja, wir machen erstmal die Null. Was ist denn A und Null? Naja, irgendwas und Null ist immer falsch. Das ist ja quasi die Definition von und. Ähm, allerdings können wir, wenn hier eine Eins stehen würde, bei der Null, können wir nicht sagen, dass es immer war, denn A könnte ja immer noch falsch sein und dann haben wir immer noch was Falsches. Also das hier können wir auf jeden Fall sagen, A und Null ist immer falsch. Und genauso hier unten können wir sagen, A oder Eins ist auf jeden Fall immer Eins. Weil egal was, wenn eine Eins dasteht, dann ist es ja immer Eins. Das ist quasi genauso das Gegenteil dazu. So, aber wenn wir hier oben sagen, A, ähm, Moment, ich kopiere die zwei doch nochmal raus. Ähm, so, wenn wir hier sagen, A und Eins, dann können wir nur sagen, wir wissen, dass es A ist. Wenn wir aber sagen, A oder Null, können wir auch sagen, dass es A ist. Das ist quasi das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Wir können uns nicht sicher sein, ähm, was danach rauskommt. Es ist nämlich genau A. So, und da passiert jetzt dann noch ein bisschen mehr, wenn wir die sechs Regeln hier haben. Wenn wir dann nämlich hergehen und sagen, okay, wir nehmen die da mal und sagen hier oben, A und B oder A. die untere bitte noch nicht beachten, A und B oder A. Dann können wir uns eigentlich sicher sein, wenn A wahr ist, dann ist das Ganze wahr. Aber wenn doch A wahr ist, dann muss ja auch noch B hier drüben wahr sein, für die linke Seite. Das heißt, im Prinzip interessiert uns diese linke Seite gar nicht, denn wenn A wahr ist, ist automatisch die Seite schon wahr. Und damit die linke Seite wahr ist, muss A auch wahr sein. Das heißt, wir haben hier automatisch nur ein A. Okay, das war jetzt ein bisschen kompliziert. Ähm, schaut einfach mal, wenn ihr die beiden Seiten vergleicht. Die linke Seite wird wahr, wenn A und B wahr sind. Die rechte Seite wird wahr, wenn nur A wahr ist. Das heißt, es reicht, dass A wahr ist und die ganze Gleichung ist wahr. Analog hier draußen, ähm, können wir sagen, A oder B und A wird automatisch wahr, wenn A wahr ist. Weil, also genau das gleiche im Prinzip, weil, ähm, die linke Seite wird wahr, wenn B wahr ist. Ja gut, aber das reicht uns nicht, denn A muss auch wahr sein. Wir sind hier in einem und dann noch. Das heißt, wenn A wahr ist, ist auch automatisch die linke Seite wahr, denn A oder B ist auch wahr, wenn A wahr ist. Und dann sind wir wieder bei dem A. Okay, wenn es euch jetzt zu schnell ging, ähm, bitte nicht flameen, oder sowas, sondern einfach nochmal angucken und anhören und nochmal ausprobieren. Das ist wirklich reine Übungssache. Es ist im Prinzip nicht schwer. Einfach mal ausprobieren und ihr kommt auch drauf. Was ich euch auch mal bitten würde, ähm, benutzt einfach mal diese Gesetze hier oben und danach diese Gesetze hier unten, um rauszukriegen, dass das stimmt. Einfach mal anwenden, das ist eine super Übungsaufgabe und nicht allzu schwer. Ähm, da passiert nämlich sowas hier und es passiert sowas. Genau. Beziehungsweise, nee, es passiert nur sowas. Egal. Alles klar. So, und jetzt haben wir hier oben noch was und zwar, wenn wir die hier nochmal kopieren, ähm, dann einfach hier vorne dran ein Not schreiben. Upsala, das ist was Falsches. Nein, jetzt aber. So, ähm, und hier auch ein Not vorne dran. So, dann können wir uns gerade mal kurz angucken, was hier passiert. Okay, A und nicht A. Naja, das kann irgendwie nicht sein. Das merkt man schon logisch, da stimmt was nicht. Wenn A wahr sein soll und A muss gleichzeitig falsch sein, das wird schwierig. Das heißt, wir haben hier immer eine Null. Also, es ist immer falsch und wenn wir haben A oder nicht A, dann haben wir im Prinzip immer recht, weil entweder ist A wahr oder es ist falsch. Was anderes geht nicht. Und zumindest in der Aussagenlogik geht das nicht. Es wird noch andere Logiken geben, da passiert das. Das hört sich bescheuert an, andere Logiken. Ähm, auf jeden Fall, A oder nicht A ist voraussichtlich erstmal immer wahr. So, und wenn wir die ganzen Gesetze jetzt haben, die sind alle irgendwie so ein bisschen intuitiv. Das heißt, man braucht sie eigentlich nicht so dringend äh, sich merken, sondern man sollte sie eher verstehen, warum das so ist jetzt. Logisch verstehen tatsächlich und dann einfach mal anwenden. Und wenn ich jetzt hier oben mal hergehe und sage, ich kopiere mir das, ähm, und schreibe mir das hierher, mach aus dem B ein A. So, dann kann ich hiermit schon relativ viel anfangen. Dann kann ich euch hiermit schon ein paar Regeln zeigen, die sind eigentlich ziemlich cool. und zwar kann ich sagen, naja, ähm, wenn ich hier dieses A rein multipliziere, sozusagen, also Distributivgesetz und dann sieht es so aus, jetzt komm schon, zeig mir die richtige Gleichung, so, dann habe ich hier ein A oder nicht A und ich habe C oder A und ich habe eine Klammer zu viel am Anfang. So. Okay. Ja, das ist relativ intuitiv, weil ich das A einfach reingezogen habe, in dieses, also zu diesem nicht A und zu diesem C dazu. Das ist, äh, die Regel hier. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, naja, nicht A oder A ist dasselbe, wie, also, das, das hier oben jetzt, die Assoziativgesetz ist dasselbe wie A oder nicht A. Also quasi einfach umgekehrt, indem ich hier sage, ups, das war es falsch. Das passiert also, wenn man nur 17 eingibt. Gut. Ähm, ist dasselbe wie A oder nicht A. Und das wiederum finden wir hier unten in der Regel, dass es immer war. Sprich, wir haben hier permanent eine 1 stehen. So, und dann haben wir schon relativ viel erledigt. Dann steht hier im Prinzip nur noch 1 und C oder A. Ja gut, 1 und C oder A, das finden wir wiederum hier, äh, ne, hier, weil wir die 1 auch theoretisch nach hinten biegen können. Und dann fällt diese 1 und einfach komplett weg. Und stehen bleibt einfach nur C oder A. Und schon sind wir fertig und sind von so einer komplizierten Form auf sowas relativ Einfaches gekommen. Und ja, das kann man im Prinzip mit jeder Gleichung machen, wo eine Variable mehr als einmal vorkommt. Ansonsten kann man sie auch noch leichter machen. Und das nennt sich dann Normalform. Die zeige ich euch dann nächstes Mal. Alles klar, ich hoffe es hat euch mal wieder gefallen und ihr konntet mir folgen. ansonsten, ich weiß, das Video war schwer und schaut es euch vielleicht einfach noch ein zweites Mal an, wenn es euch zu schnell ging und übt. Das ist wirklich das A und O wirklich für alles im Prinzip. Ähm, ja, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.